Bei Autotest Schwaben, was taugt ein Auto für unter 1.000 Euro? Wir haben immer wieder diese unter 1.000 Euro Fahrzeuge. Und hier haben wir ein Auto für 400 Euro. 400 Euro für diesen zerbeulten Renault Twingo aus dem Jahr 1997 mit 156.000 Kilometer in schönem Blau. Ja, was kann dieses Auto? Immerhin hat es ein Fallschiebedach. Hier haben wir eine riesen Beule an der Tür. Aber von vorne, ja, knuffiger, kleiner Franzose. Hier die Motorhaube ist ja ein bisschen aus der Fuge geraten. Die ist krumm. Hier ist auch schon mal einer drauf gefahren oder ist sie ganz miserabel eingepasst. Beim Renault Twingo lohnt sich natürlich ein Blick unter das Auto. Dieses Fahrzeug hat noch ein halbes Jahr TÜV, habe ich mir sagen lassen. Franzosen, ja, diese französischen Kleinautos. Und von unten sieht er überraschend gut aus. Ich habe das schlimmer erwartet. Hier rostet nämlich gerne beide Axten. Hier rostet nämlich alles gerne. Unterboden sollte man die Schweller überprüfen, die Abgasanlage und die Bremsleitungen. Hier scheint mir dieses Auto relativ zufriedenstellend. Ich finde also hier keine richtig zwingende Durchrostung. Er ist nicht durchgerostet. Zumindest hinten sieht es relativ gut aus. Das habe ich schon schlimmer gesehen bei solchen Twingos. Ja, jetzt schauen wir uns die vorderen Schweller an. Und auch hier überrascht dieser Twingo mit Rostfreiheit. Ja, ein gutes Auto scheint mir das zu sein. Auch Ölverlust sieht man hier nicht. Häufig sind auch die vorderen, ja, diese vorderen Querträger ausgeschlagen. Ölverlust am Motorgetriebe ist auch ein häufiges Problem beim Renault Twingo. Die Fahrwerksfeder schlagen häufig aus. Hier sehen wir diese Vorderachse, die Fahrwerksfedern hier. Diese Spiralfedern schlagen frühzeitig aus. Und die sind hier auch schon leicht ausgeschlossen, hier auch schon defekt. Tja, dieses Fahrzeug hat einen Fallschiebedach. Das sollte man natürlich auf Risse überprüfen. Hat ja Gott sei Dank keine. Zu den Stärken des Renault Twingo bietet natürlich einen hohen Fahrspaß. Gerade dieser Twingo scheint bis auf diese riesen Delle an der Seitenwand hier links gut in Schuss zu sein. Er bietet einen recht quirligen Innenmotor, quirligen Innenraum. Fetzig sieht das alles aus. Ja, dieser Wagen ist mit etwas Liebe wieder herzurichten. Er hat nämlich eine gute Substanz. Kein Rost am Unterboden festzustellen. Probleme beim Twingo sind gebrochene Fahrwerksfedern, Hinterachse und Vorderachse betroffen. Ölverlust durchgerosteter Schweller sind häufig das Problem. Dann Ölverlust. Der TÜV ärgert oft die Hinterachse. Durchgerostete Querträger. Es gibt häufig Rost. Dann undichte Fallschiebedächer. Defekte Elektronik. Motorschäden sind auch nicht selten. Dennoch bekommt der Renault Twingo der ersten Generation ein Auto für unter 1000 Euro. Bekommt allerdings nur zwei von fünf Sternen und ein eher wenig empfehlenswert. Dieser Twingo hier ist allerdings für 400 Euro ein echtes Schnäppchen. Trotz des Schadens an der rechten Seite kann man solche Autos durchaus empfehlen.